Meine Herren? Es geht etwas Merkwürdiges vor. Die Energiesignaturen dieser Borg-Schiffe sind erloschen. Sie meinen sämtliche? Sie enden abrupt etwa 5,2 Lichtjahre von hier. Ursache? Unbekannt. Mr. Parris? Captain? Setzen Sie einen Kurs auf Ihre Position. Warp 2. Wir nähern uns den Schiffen. Auf Impuls verlangsamen. Auf den Schirm. Lebenszeichen? Ein paar, aber sie sind unregelmäßig. Captain, in den Trümmern werden zwei Restsignaturen von Waffen angezeigt. Eine ist Borg. Die andere ist unbekannter Herkunft. Wer könnte so etwas den Borg antun? Jemand, der noch mächtiger als die Borg ist? Unverstellbar. Aber Sie haben sie vernichtet. 15 Kuben. Vielleicht haben wir gerade unser Ticket durch den Raum der Borg gefunden. Wie meinen Sie das? Einen Alliierten. Keine voreiligen Schlüsse. Scannen Sie die Umgebung nach weiteren Schiffen. Es gibt keine. Augenblick. Ich empfange so etwas wie Bio-Werte. Sie kommen aus der äußeren Hülle von einem der Borg-Schiffe. Zeigen Sie es uns. Vergrößern, Mr. Kim. Eindeutig organisch, aber unsere Sensoren können die Oberfläche nicht durchdringen. Senden Sie einen Standard, Kroos. Keine Antwort. Es könnte ein im Weltraum lebender Organismus oder eine biologische Waffe sein. Ich würde gerne wissen, was das für eine Waffe ist, die die Borg vernichten kann. Können wir sie von dem Schiff wegbeamen? Ich kann sie nicht erfassen. Traktorstrahl, Tuwok. Keine Wirkung. Was auch immer dieses Ding ist, mit unserer Technologie kommen wir nicht weiter. Tuwok? Registrieren Sie eine Atmosphäre in dem Kubus? Positiv. Kommandoschik Hotel. Sie werden mit einem Außenteam dort hineingehen. Versuchen Sie, einen Kurzstrecken-Scan von der Biomasse durchzuführen. Es gibt immer noch Borg-Lebenszeichen, aber Sie sind instabil. Eine COM-Verbindung bleibt offen. Und beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten werden wir Sie sofort herausbiegen. Gut. Tuwok, Harry, Sie begleiten mich. Hier entlang. Richten Sie Ihre Phaser nach unten. Wenn wir nicht bedrohlich erscheinen, müssten Sie uns ignorieren. Sie wirken ziemlich funktionsuntüchtig. Die fremden Biowilden sind nicht möglich. Die Werte werden stärker. Wir sind nah dran. Kommander! Seltsam. Dieses Wort hatte ich nicht im Sinn. Die Anordnung der Körper erinnert an eine der Vorahnungen, die Cass beschrieben hat. Hat Cass nicht auch gesagt, dass wir alle sterben? Kommen Sie weiter. Kommen Sie weiter.